Büroalltag mit Julitec, Teil 1. Wer kennt das nicht? Die Verwaltung der Kundendaten ist mit den meisten CRM-Systemen zeitaufwendig und kostet Nerven. Nicht mit Julitec. Hier dauert jeder Arbeitsschritt nur 30 Sekunden. Wie zum Beispiel das Anlegen von Neukunden oder der Versand eines Newsletters. So sparen Sie viel Zeit. Zeit, die Sie für andere Dinge verwenden können. Wie zum Beispiel das Anlegen von Neukunden oder der Versand eines Newsletters. Wie zum Beispiel das Anlegen von Neukunden oder der Versand eines Newsletters. Wie zum Beispiel das Anlegen von Neukunden oder der Versand eines Newsletters. Wie zum Beispiel das Anlegen von Neukunden oder der Versand eines Newsletters.